Ich bin Winzer geworden, weil ich das Glück hatte, schon als kleines Kind viel Zeit mit meinen Eltern in der Natur zu verbringen und damals schon die Liebe für meinen Beruf entdeckt habe. Ich liebe die Vielfalt, die mein Beruf zu bieten hat. Das beginnt mit dem anderen, mit der Tätigkeit in der Natur, über die Machart des Weines, die Winifikation, bis hin zum Kontakt mit den Kunden, wo man sieht, wie das Produkt wertgeschätzt wird. Unsere Weine haben eine unverwechselbare Stilistik aufgrund der Böden, die bei uns hier im Dreisental vorherrschend sind. Wir haben sehr karge Kalk-Konglomeratböden und das manifestiert sich im Wein in einer sehr klaren, sehr präzisen, sehr mineralischen Weinstilistik. Wir haben heuer für den Allianz Bonusbruch einen Riesling unifiziert. Sehr schön ausgeprägt hier sind die typischen Stein-Ubst-Aromen, die man beim Riesling wiederfindet. Der Riesling ist ja der König unter den Weißweinen und in diesem Jahr 2017 hat er eine besonders schöne Sortenausprägung. Der Gaumen ist sehr mineralisch geprägt, eben durch die kalk-kältigen Böden, die bei uns hier im Dreisental vorzufinden sind und er hat einen sehr lang anhaltenden Abgang. Untertitelung des ZDF, 2020